Der Volkswagen Carman Ghia wurde zwischen 1955 und 1974 fast unverändert mit 440.000 Exemplaren gebaut. Kaum ein anderes Fahrzeug kann auf einen solchen Erfolg verweisen. Wilhelm Carman hatte anfangs der 50er Jahre die Vision, einen italienisch anmutenden Sportwagen auf der Basis des Volkswagen Käfers aufzubauen. Dieses Modell sollte die Verkaufszahlen im europäischen Ausland und in den USA steigern. 1953 präsentierte Carman schließlich ein neues Produkt auf dem Genfer Automobilsalon, das erste Carman Ghia Coupé. Das Design des Coupés war, wie der Name vermuten lässt, in der italienischen Designschmiede Ghia von Designchef Mario Felice Buano entworfen. Anfängliche Entwürfe des Carman Ghia hatten noch nicht die späteren Nasenlöcher an der Front. Um die breitere Karosserie auf dem Käferrahmen anzupassen, musste das Käferschassis jeweils um 8 cm auf jeder Seite verbreitert werden. Man verzichtete auf die Trittbretter und nutzte den gewonnenen Platz eher zugunsten des Designs. Eine breite, flache und weichproportionierte Karosserie war das Ergebnis. Das Carman Ghia Cabriolet debütierte 1957 auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. Auch das Cabriolet wurde in Turin bei Ghia gezeichnet. Schon bald hatten die schicken Carman Ghias den Spitznamen Sekretärinnen-Sportwagen weg. Grund dafür war der im Vergleich zu anderen Sportwagen derselben Klasse günstige Preis von 7500 DM für das Coupé und 8250 DM für das Cabriolet. Die Sportlichkeit war eher etwas für das Auge. Denn die Dynamik eines echten Sportlers suchte man vergebens. Kein Wunder, denn unter der sportlichen Karosserie verbirgt sich reine Volkswagen-Technik des Käfers. Sprich ein Vierzylindermotor im Heck, Zentralrohrrahmen, hintere Radaufhängung an Querrohren und Federstäben. Die strömungsbegünstigte Karosserie, das geringe Gewicht von 800 kg, bringt den sportlichen Wagen je nach Motorisierung auf eine achtbare Höchstgeschwindigkeit von fast 130 km pro Stunde. Bei dem hier gezeigten Exemplar handelt es sich um ein sehr frühes 1200er-Modell mit einem 22 PS Motor. Während der gesamten Produktionszeit kam es immer wieder zu kleineren Veränderungen an der Motorisierung und der Ausstattung. Die eigentliche Form der Karosserie wurde aber kaum verändert. Von den Carman Gia Cabriolets wurden insgesamt ca. 80.000 Exemplar gebaut. Von den Carmen Gia Cabriolets Von der Kronend. Von der Kronend. Von der Kronend. Vielen Dank.